Sehr geehrte Damen und Herren! Ich schreibe Ihnen, um meine Unzufriedenheit mit den Dienstleistungen zum Ausdruck zu bringen, die während des Bewerbungsseminars, an dem ich am 29. November am VHS teilgenommen habe, erbracht wurden. Trotz der Zusagen des Instituts hatte ich Probleme sowohl mit den Übersetzungsdiensten als auch mit der Zustellung des versprochenen Bewerbungsfotos. Erstens blieben die Übersetzungsleistungen hinter den Erwartungen zurück. Als Teilnehmer, der die Hauptsprache des Seminars möglicherweise nicht fließend beherrscht, hatte ich auf klare und genaue Übersetzungen gehofft, um den präsentierten Inhalt vollständig zu verstehen. Leider gab es Fälle, in denen die Übersetzungen unzureichend erschienen, was es für mich schwierig machte, den Diskussionen effektiv zu folgen. Das Institut hatte sich zur Bereitstellung eines kostenlosen Bewerbungsfotos verpflichtet, das ich jedoch zu meiner Enttäuschung nicht erhalten habe. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit diesen Bedenken nicht nur meine persönlichen Erfahrungen verbessern, sondern auch zur allgemeinen Verbesserung der Seminardienstleistungen Ihres Instituts beitragen wird. Ich schätze Ihre schnelle Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und freue mich auf eine Lösung. Ich hoffe, eine weitere Eskalation dieser Angelegenheit zu vermeiden und werde Ihre schnelle Aufmerksamkeit für diese Probleme sehr schätzen. Mit freundlichen Grüßen!